Gut, dann fangen wir mal an. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanapé. Bäh. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanapé. Gluck oder Köln? Win is win. Ich begrüße wieder Nebelkaktuswirtin96 zu einer weiteren Runde. Richtig, Fall Guys. Ah, hallo. Schönen guten Tag. Es gibt mal wieder eine wunderbare, knackige, kompakte und hoffentlich erfolgreiche Runde Fall Guys. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, wie gut wir letztes Mal waren. Ich glaube, waren wir da im Finale. Kann sein. Äh, ja. Irgendwie sowas wahrscheinlich. Kurz vorhin, war das nicht so? Ja, genau. Ich glaube, das war das, wo du recht früh rausgeflogen hast. Ja, ja, ja. Wo du mich dann performt hast, aber dann doch als, ich glaube, ich war sogar zweiter Platz. Genau, du warst zweiter. Das war ganz knapp quasi. Das war das. Jedenfalls. Würde ich sagen, wir holen heute die Krone. Ja. So sieht's aus. Also, los geht's. Wir starten Erik rein. Ja. Ah. So, wir starten mit Hindernisrennen. Eine, ich würde sagen, höchst mittelmäßige Karte. Also, was denn Spaß anfangs angeht. Ja, ja, Spaß anfangs auch. Ja, ja, ja. Es gibt Karten, die geiler sind. Wir starten mit rein. Ja, natürlich nicht. Wir fliegen raus. Nein, ich bin runtergefallen. Ich fliege wirklich raus. Äh, ich dachte, wir holen uns den vierten. Ne, wir holen uns den elften oder sowas. Nein, den vierten. Okay. Ja, das sehe ich, das spüre ich. Auch wenn ich jetzt... Ah, lass mich hier durch. Nein, scheiße. Okay. Okay, das erste Pendel. Das zweite. Ich glaube einfach, stopp schon. Okay, doch nicht. Ich glaube, wir sind zum ersten Mal in meinem Leben hier runtergeworfen worden. Das passiert eigentlich... Auch sehr oft, ey. Sehr oft. Ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal war. Aber eigentlich passiert mir das Gefühl nie. Okay, 13 Punkte. Äh. Das wird wirklich äußerst knapp hier. 15 Punkte. Nee, 15 Punkte. Wir sind wirklich raus, glaube ich. Ja, scheiße. Okay, dann noch mal von vorne. So, nachdem die erste Runde sehr, sehr lang war und auch sehr, sehr gut natürlich, geht's jetzt in die zweite Runde, wo es hoffentlich besser wird. Natürlich, los geht's. So, wir dürfen nochmal die gleiche Karte spielen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht viel besser. Vielleicht. Mal gucken. Nein, ich sag Elfter. Wir werden Elfter auf jeden Fall. Ich sag, wir werden... Ich geh mal all in und ich sag, wir werden tatsächlich auf Platz 8 dann. Okay, 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 okay. 11, 8, äh, dann werden wir, mhm, 9,5. Vielleicht wird 9 oder 10. 9,5 finde ich nicht schlecht. Wir sind 9. Punkt gleich mit dem 10. Oder eben 10. Punkt gleich mit dem 9. So, halt. Nein, 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 das Türchen schießt wieder. Wir kommen wieder nicht durch. Nein, nein, ah, scheiße. Aber diesmal sind wir ganz vorne mit dabei. Ja, das ist gut. Jetzt komme ich hier auch wieder durch. Ja, ich bin... Ich bin tatsächlich gerade, glaube ich, auf Platz 1. Ja, du bist sehr weit vorne, sehr weit vorne, ja. Doch, kein Hammer hier. Keine Hämmerei hier. Äh... Die, die Pendeln nicht werden. Ich lauf einfach. Ja, ich gucke immer. Pao, pao, pao. Okay, das ist wieder schön. Ohne System, weil mit System ist ja voll langweilig. Ja, doch, ich gehe ein bisschen safe. Geht ihr hier auch? Nö. So, ab jetzt muss ich mit System spielen. Ich freue mich eine Weile, bis ich überhaupt erst mal bei euch bin. Okay, 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 okay. Okay, Pendel. Nein. Ich habe meinen Pendel runtergeworfen. Aber egal, ich kann hier ja Shortcut nehmen. Das geht ja auch. Ja, ich bin reingerworfen worden von der Drommel. Alter. Es ist sehr praktisch. Ich bin relativ weit hinten. Alter, ich bin einfach vom Pendel reingedrückt worden. Du warst Erster, oder? Oder ganz weit vorne. Keine Ahnung, 13 Punkte. Damit müssten deine Punkte eigentlich reichen, weil ich... Ja. Ja. Du hast das Pendel wieder zugeholt. Ja, das geht, das geht, das geht. Sehr schön. Ja, nein. Weiter jetzt, jetzt. Gib Gummi und Jump. Boah, ganze sechs Punkte. Alter Schwede, Platz vier. Oh man, das Pendel war mal auf meiner Seite. Junge, 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 Junge. Eigentlich mag ich die Karte nicht, aber... Oh, besser als wir gedacht haben, ne? Wir haben überhaupt keine Prognose abgegeben. Wir wollen halt einfach nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass sie damit dabei sein können. Ja, ne, manchmal gehen die Wege bei den Dingern dabei. Und runter direkt lang. Ja, das ist der Sinn, sonst werden die Rollen ja unter sich. Ja, ja, ja. Und deswegen, ja, ist die Pendel und jetzt die Rollen. Deswegen wundert es mich ja, dass ich zufällig von dem Ding wirklich reingedrückt wurde. Das war, wow. Das war krass. Oh, Klausi holt noch drei Punkte. Okay. Pinguin-Patrouille. Ja, super, geil. Jetzt, Baby. Hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Ja, das ist es genau. Da, wo man die Punkte holen muss, nur, dass man mit mehr Leuten spielt. Ja, ja, ja. Und letztens macht man wieder scheiße und ich finde den Modus an sich auch scheiße. Ich finde den in zwei Konstellationen irgendwie geiler, aber so finde ich den kacke. Das ist mein Finguin jetzt. Ne, doch nicht. Ey. Aber unser Team macht es bisher ganz gut. Also wir beide nicht, aber unser Team macht das gut. Komm, kommt irgendwie nochmal einer. Ich will irgendwie mal Punkt holen. Ich kann den nicht graben, willst du mich verarschen? Ich kann den blöden Ding, wenn ich graben. Was gehen das Ding hier? Ah, Mann. Ja, ja. Team-Eater. Aller-Einsmetern verloren. Los, hol ich dir. Okay, wir haben hier kommt bei Ihnen. Ah, das ist nicht. Ah, das ist nicht. Rota, lass gehen. Das wird blau. Ich habe ja auch mit Hilfe. Ich habe ein. Ich habe eigentlich dabei. Ich habe ich nicht mehr. Hey. Ich habe gerade nicht gerafft, dass er keinen mehr hatte. mein versuch ein paar sekunden zu behalten wohl wir haben viele punkte ja unser team muss alles weil ich gar nicht macht haben nein gelegt oder an ehrlich nein folge einfach unser blauen teammate nein denn jetzt so nein ihr kriegt denn nicht die roten geht aber können wir reden wie krass wie hier dominieren ja wenn ich mal der andere anhält nein die ja gar keine ich bald mein pinguin ich habe ihn so spät erst durch meine gute idee weil ich habe gar nichts ich komme mal zu dir und schützt sich einfach 39 punkte 23 20 wir haben fast 200 jetzt werde ich noch nicht mehr verlieren das gut weil die glaube ich ja ein blauer von uns hat noch einen hier ist ja nein jetzt hätte ich doch noch mal nein ich habe wieder verloren egal 231 alter schede platz 1 so was habe ich ja noch nie gesehen mit seiner deutlichkeit ist das ein duospiel der erscheint doch ja es ist ein duospiel das hätten wir eigene designs in farben da hinten sehe ich einen da will ich ja ich sehe auch einen unten aber da komme ich nicht so schnell hin glaube ich ich komme zu dem einen eigentlichen da will ich auch bin ich bin ich bin zuhause nein vom 1 auf den zweiten kompaten was sie noch nicht wo sie noch mehr gelbe dahinten bin ich nicht letztes mal woche ich das spiel sogar ganz gerne alle ein punkt habe ich auch so mein gott also ist so was zu uns geiler als fünf weil wir noch als reifen legt ja mich nach das trotzdem das weil meistens wo ich bin ist keiner und wenn ich dann einen sehe dass die kurze ich mal ein paar gelbe auftauchen ich sehe ein aber ich glaube ich komme da nicht hin ja ein hat gefällt nein 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 die warte ich noch ein holster nicht der kann beide abstauben ach komm scheiß zufalls egal nein das ist meine gewicht nein ach komm schon bro du hast so viele geklaut das spiel hast mich ich hasse solche games beruhig dich einfach bis die konzentration oder auch die punkte noch drei ok ist noch noch ist keiner weiter aber es kann dann natürlich auch schnell gehen hier auf alles im gleichen bereich noch ein kann ich auch noch ein ach komm schon natürlich daneben gesprungen ja super jetzt runter kommt ja ich wieder oben ist noch einer einer noch ja super ich komme ich bin ich bin ein kopf jawohl ich glaube ich bin als erstes durch am ende ehrlich ja tatsächlich also hier 1 2 1 6 1 3 1 5 1 5 also krass und ein team ist jetzt noch mit uns durch die andere sind ja ganz weit weg das beste team was noch drin ist hat sechs punkte ok doch schon bei uns ich hasse solche spielmodien weil da müsst ihr mal auf der falschen seite oder der eine kriegt ein springt drauf hinter ihm wird der nächste gelb ich denke ja geil ja so ein glück und ich bringe noch voll daneben da zwei müssen noch weiter zwei müssen noch weiter hallo spiel 1 2 nicht dazu geguckt habe das macht er denn okay dann wird irgendwie gebackt gerade oder das ist komisch aus ja da war einer bei einem zwei so gelben aber der ist immer wieder runter und ich dachte so finale wir spielen hier weggehext ja das läuft mal schauen was hier so geht ja ganz ehrlich ich bleibe jetzt oben und also hier oben werde ich jetzt erstmal nur laufen und nicht springen alles lohnt sich ja eh noch nicht zu bringen ja finde ich ich bin übrigens auch hier und ich laufe immer noch ich mache ich werde irgendwie hängen geblieben wenn wir weiter unten sind wenn hoffentlich nicht mehr so viel am leben sind das problem ist ich bin aber egal kommen jetzt springe ich weil ich bin als einziger gerade unten ok jetzt kommt noch mehr leute jetzt kann ja wieder laufen wird auf der karte ich weiß gar nicht der karte gefühlt schon mal gewonnen habe zumindest nicht häufig ist eine gute frage ich glaube gerade unten wird schon abgebaut ja das war blöd weil ich ausgesehen runter gefallen aber ich bin konnte mich zum glück dann doch noch auf den blauen halten ja ich bin auch im blauen ist sehr schön lage ist ich muss meine landung auf die lande rache ich bin auch hier oben gucken ja 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 weil ich hier bei mir auch nicht mehr so viel das heißt ich kann die paar plätzchen mitnehmen den sprung ist ja auch noch schaffen aber ich sehe unter mir das ist doch die letzte lage oder ja also gelb ist ja prinzipiell noch aber gelb ist fast abgebaut ja ich bin jetzt auf gelb das problem ist ich meine ich glaube ich noch weiterkommen doch ich bin auch auf gelb und ich glaube den longgang schaffe ich nicht mein solcher aus die level zu ende was ich habe gewonnen ich habe gewonnen ich werde mich gerade gefallen ich auch kurz und knackig alter stehen wird das video bleibt so wir haben der krone zur hölle ich bin ich sehe wie du fällst mir gerade abgerutscht also ich würde sagen lange rede kurzen sinn das war ein echt gutes video das lassen wir auch so wenden wir auch mal weil wir haben eine krone wir haben eine krone beim zweiten versuch glaube ich nein ist das soll man sagen ja also einmal eine richtig schlechte runde und eine sehr gute runde war geil war gut ja nein das sieht aus und ein grad so überlebt das wäre das ist gerade so die letzten aber selber beim fallen das ist heftig krass nein also wenn er nicht hat lassen aber das kommt haben geht die locke like das video wir sind jetzt hier mit raus pisa